Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MW3 Sucker Road Nico ist wieder dabei Moin Moin Vielleicht schaffen wir es ja heute mal ein Team Deathmatch zu spielen Das war so lustig andauernd auf Underground zu spielen Also das Schlimmste an MW3 ist sowieso immer, dass Lobbys finden Ich war mit der Weise Black Ops 2 rausgekommen Und Ghosts und... Oh, sind wo drin? Beide Spiele sind kacke Beide Spiele sind kacke Außer wenn man gegen Bots spielt Dann ist Black Ops 2 ganz lustig Das ist das Spiel zum Beispiel 2 Und direkter hinter MW1 Ja, MW1 wird auch noch mal holen Ich will nicht mal... Was, Sir? Hölle? Oh, Dings, ähm, mir wie ich es Es ist ne... Hecker lobby Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, G38 Drago noch und... Ja... 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 Wieso macht man sowas Keiner Ahnung, schwer einfach geschafft Vielleicht finden wir hier ein schönes Spiel Aber finden wir keine Leute, die einzige Lobbysche für das neue Hackanon ja auch noch dort wenn die Vorrede wird so gehackt das ist wohl nur noch sich und zum Teil ist der Korinther die E-Mail aus dem Plan wird auch fliegen ja weil wenn denn vor sie gebannt werden und wieder ein W3 noch haben wir ein Böhm wenn ich vor sie gewohnt Stimmt, wir eher weniger, ne? Wir haben einen Pay-Flow, das ist ja schön. Wir nehmen trotzdem Rückstand. In dem nicht, aber seitdem glaube ich an einem gehe. Ich bin bei A. Wo ist ein Hacker? Ist da jemand drin? Oh, wieso werden mir alle Leute kerst? Ja, genau. Kerst. Oh. Ja, ich fühle ein bisschen, ich bin in der ersten Zeit. Ich spiele in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel Digital Legends. Wahrscheinlich liegt es daran, weil in der letzten Zeit immer total Sacke. Und nichts geschissen kriegt. Und bis auf Leo auch nichts anderes spielen kann. Aber... Hey, was ist bei MP3? Nicht bei... Äh, auch Faktor von einer Seite auch noch einer. Was bei MP3 und nicht bei League of Legends. Ich habe nur noch den Tunnel gelegt, egal was ich spiele. Warum haben wir einen Leute gekillt? Du hast einen Leute gekillt? Oh. Ich schiefmann. Ich schiefmann. Ich schiefmann. Ich schiefmann. Wow! Woh! 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 Der hat auch einen... Der Stauker um die König mit Stauker nicht spielen. Du bin wirklich viel zu schnell wenn ich ziele. Ich meine gerade das macht Stauker. Ja, der hat einen Hacker. Der GTA hat... Der GTA ist ein Hacker. Ja, okay. Der hat mich nämlich auch gekillt. Der tötet ohne zu ziehen. Okay. Zweckst. Ja, das liebe ich ihn. Ja, da ist er schon wieder. Neuerloßes direkt ist, ne? Gar nicht. Oh, der hat mich zwischenfeuern. Er hat erschossen. Ey, светиб! Ja, da unten hekt... Dr aber er hat auch eine Art ist eine der vernünftige Spiele der Letziger aus dem Wort es ist Rössich der einzige Kölzer diese Küche hoch die Tiefel auch auch schon das war eine schöne erste Runde ich hab schon wieder richtig viel Bock auf dieses Spiel die das war zu Wort im Ort geben und das ist ein bisschen aber jetzt kommt so gut und ich musste im Stockhaus Mann im Geekhaus aus dem Konrad die Spielen der Schöne noch mal Abschluss bestehe es wird es noch so gut funktioniert da kommt in Part das war so gut Ort an den Orten in einem Spiel das gerade läuft Spiel wirklich so wenig Leute MW3 und wirklich so wenig um 22 Uhr an einem Dienstag was ich denke wir haben sie jetzt Dienstag auf die Früh nehmen wir das auf ja stimmt nehmen wir das nur so Freitag Samstag auf ja wenn es eigentlich schon zu spät ist er hat ich habe nur hier haben wir immer wieder die wir sind noch zu tun und er hat das angeboten und es ist auch verdammt und er sagt wir wurden von zwei Seiten geschlossen Nein, das sieht überhaupt nicht nach Boyd-Hack aus. Nein, überhaupt nicht. Loll! Die Dome, der kann. Wer... Wer denn? Äh, Moment, ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Moment, ähm... Universumslippe. Das ist mein Name. Ja. Aber der scheint Boyd-Hack zu haben. Ja, ich will jetzt unbedingt diese Marke haben. Nein, ich hätte mich nicht vom Helicopter treffen lassen. Boah, Obtiklethrow, der mich waschen. Ah, natürlich. Ich habe mich in die Heli runtergeholt, das scheiß toll. Good job. Oh, jetzt habe ich vergessen, Machern zu sammeln. Da, von links. Okay, habe ihn. Hm. Oh, wir haben die Führer verloren. Nein. Kommt ja schon schießen um die Jäcke. Wow, doch weg. Na, verdammt. Äh, Nico, bist du hier irgendwo da hinten? Okay, du lebst noch. Ich lege mal hier ein Ei hin, ne? Ach, fuck, wir kommen einfach nicht. Weil der Obtiklethrow spült den Sniper. Ja, ich habe den Führer verloren. Wir haben die Führer verloren. Äh. Aua, von hinten haben wir dich angeschrotzt und dann haben wir dich wieder geschrotzt. Oh, Aua. Nico, warte mal kurz, ich habe ein Ei. Ja, ich kann nicht. Okay, hier sind Leute, das ist Mord, das ist Tod, der nervt auch. Ich brauche auch ein Ei. Okay. Nice. Nein, nein, nein. Klasse, wechseln. Und irgendwie funktioniert meine Mausher bei dem Spiel nicht richtig. Ja. Ich bin irgendwie der DPI-Springer. Ich will die beiden Marken hier holen. Nein, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Okay, ich habe das Gorbchen. Shit. Abschlussverwerbs. Aua. Wir haben die Führung verloren. Vorräte sind unterwegs. Mal gucken, wie dann. Okay, dann. Wer sonst lebt. Dein Ei ist weg. Denk ich mein Ei hin. Oh, hm. So nicht so, dass er und die Werzenslöpfe gehackt, als haben wir mich gerade getötet. Na, sei gerade, sei halt nur ein bisschen danach aus. Na, nur so aus, dass er dann richtig kann, wie die Bildschirme, die von da gesehen hat. Oh, hm. Beste Einsatzbereit. Achtung, Gelder Team. Das kann man aber nicht. Ich meine, die ist, boah, da spielt ihr mit Raketenwerfer. Ohne Witz, ne? Irgendwie funktioniert man immer aus ja nicht. Das ist richtig bildet. Boah, spielt ein mit. Boah, wie ich hier die ganze Wecker schrotzt werde von so einem Mixer. Ja, schrecklich nicht. Am besten treffe ich dann auch mal. Gar nicht, wenn du. Ach, wozu auch treffen. Total sinnlos. Boah, alter. Guck ich da draußen. Springen mit drei Leuten ins Gesicht. Und zwar, sie geben mit drei Leuten ihre Ladung in die Fresse. Oh, heilige Scheiße, bekam der ist hier. Von da oben. Universum Schnippe getötet. Okay. Tüttüttü. Boah, steht da einer. Ich bin auch gestorben. Ich bin so inkompetent. Ich bin so inkompetent. Warum kann ich einfach mal gut sein? Kannst du nur sagen, warum ich einfach mal gut sein kann in irgendwas? Wüsste ich auch, wenn ich kann so, ich will sie mich auch nicht. Ach, ich hab hier eine Marknung. Oh, erzähl. Nein. Ich wusste den, äh, kill den ein. Boah, dieser, moah. Das Camp Universum Schnippe. Immerhin steh ich nicht so schlecht wie in den letzten Spiel. Die erste Runde. Ach, wie letzte Folge, meine ich. Ja, ist klar. Raketenwerfer, warum nicht? What the fuck? Kommt da rein, tut mir ins Gesicht. Ich will auch die ganze Zeit vom Raketen hervortiven Gewerker schickt. Alter, dieser Dustin, der ist auch nervig. Leute, Alter. Oh, Universum. Boah, diese scheiß Tepilsprünge von meiner Maus. Brauchst doch gar nicht wiederkämpfen. Nein. Wenn wir zwei, hab ich die nicht. Hier ist er. Na, komm. Boah, da wurde schon wieder weggeschrotzt, ey. Ja, kann passieren, ne? Ich werde die ganze Zeit weggeschrotzt. Ja, das kann passieren, bis man dauernd weggeschrotzt wird, ne? Ja, soll's auch nicht. Den kriegst du nicht. Ne, der aufschlusser wäre echt hier. Jawohl. Boah, ich hab' den gekriegt. Ich hab' ne Reboot geklaut. Achso. Oh fuck. Alter, ich will die richtige Marschkord. Weiter so, hier gesehen. Na toll, dass ich auch weiß, dass ich auch total intelligent bin und immer weiß, wo die ganzen Gegner sind, ne? Ich hab' ne Drohne. Warum musst du immer die Leute töten, die ich töten möchte? Schnell genug ist. Schnell genug ist. In a Predator. Okay, ich wurde getötet. Ich hab' noch ein Ei. Ja, aber ich hab' noch ihn gekillt, mit a Predator. Nein, ich war noch lastig. Oh, neutral noch geworden. Nein, ich nicht. Aber ich hatte mehr Punkte. Ich hab' noch nicht erzählt. Ja, AC-Werk. Wär cool, ne? Kohl, das wär' Kohl. Hey. Ich hab' ein Kind mit dem Markt nun gemacht. Yeah. Ja, das war's in diese Woche wieder mit der Sucker Road. Wir haben keine Blatt geschafft. Ich glaub' wir hängen hier noch so einige Zeit fest. Aber, be... Ja, das war's. Wir... werden ja sehen, wie's weitergeht. Bis nächste Woche, euer Justin. Wir schaffen wir sogar noch dieses Jahr. Tschüss. 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 Tschüss.